Flüssigkeiten können verdampfen, Gase können kondensieren. Bei welchen Drücken und Temperaturen tun sie das? Darum soll es heute gehen. Willkommen zu Basiswissen Physikal-Diochemie. Unser Thema heute Dampfdruck, ein Sonderfall eines Phasengleichgewichtes. Moleküle wechseln aus einer Phase in eine andere. Was ist überhaupt der Dampfdruck? Stellen Sie sich vor, wir haben ein evakuiertes Gefäß bei 20 Grad und wir geben da hinein flüssiges Wasser. Zunächst wird der Druck 0 betragen im Gefäß. Das Wasser wird aber beginnen zu verdunsten und der Druck oberhalb der flüssigen Phase wird ansteigen. Wir haben jetzt einen Wasserdampfpartialdruck in der Gasphase. Der soll hier zum Beispiel 1,15 Kilopascal betragen. Das Wasser wird weiter verdunsten und bei 2,3 Kilopascal wird der Druck oberhalb der flüssigen Phase konstant bleiben. Wir sind nämlich jetzt im Gleichgewicht, im Phasengleichgewicht. Dieser Partialdruck im Gleichgewicht, den nennen wir Dampfdruck. Der Dampfdruck von Wasser bei 20 Grad beträgt 2,3 Kilopascal. Wir kürzen das mit P-Stern H2O ab. Der Dampfdruck ist stark abhängig von der Temperatur. Bei 0 Grad beträgt der 0,6 Kilopascal und bei 100 Grad 101,3 Kilopascal. Das ist genau eine Atmosphäre. Das ist die normale Siedetemperatur von Wasser. Wenn man den Partialdruck von Wasser zum Dampfdruck von Wasser in Relation setzt, bekommt man die relative Feuchte Phi. Diese relative Feuchte beträgt hier 1 bzw. 100% wenn der Dampfdruck erreicht ist. In dem zweiten Bild haben wir zum Beispiel 50% Feuchte, im ersten Bild 0%. Wir können die Gasphase sogar an Wasserdampf übersättigen. Dann ist Phi größer 1. Das ist jedoch ein mittastabiler Zustand. Der Dampfdruck ist ein Sonderfall für ein Phasengleichgewicht. Wir haben eine Komponente, die zwischen zwei Phasen wechseln kann. Was ist in diesem Fall die Bedingung für Gleichgewicht? Wir können das Ganze thermodynamisch betrachten. Gleichgewicht herrscht dann, wenn sich das Wasser in beiden Phasen gleichwohl fühlt, wenn die Instabilität in beiden Phasen gleich ist. Das ist die thermodynamische Bedingung. Das chemische Potenzial vom Wasser in der einen Phase ist gleich dem chemischen Potenzial des Wassers in der anderen Phase. Wir können die Frage auch kinetisch betrachten. Gleichgewicht herrscht dann, wenn die Verdunstungsgeschwindigkeit, hier grün gezeichnet, genauso groß ist wie die Kondensationsgeschwindigkeit, hier blau gezeichnet. Wir haben ein sogenanntes dynamisches Gleichgewicht. Makroskopisch tut sich nichts mehr, aber mikroskopisch haben wir eine Hin- und Rückreaktion, die gleich schnell sind. Der Dampfdruck hängt natürlich davon ab, welche Substanz wir betrachten. Wasser hat einen kleineren Dampfdruck als etwa ein Leichtzieher wie Ethanol. Der Dampfdruck ist eine Art Maß für die Fluchttendenz einer Substanz aus der flüssigen Phase. Der Dampfdruck hängt wie gesagt vor allem von der Temperatur ab. Bei höherer Temperatur steigt der Dampfdruck exponentiell an, wie wir gleich sehen werden. Der Dampfdruck ist auch abhängig von der Reinheit der Phase. Wenn wir zu unserem Wasser einen Fremdstoff dazu mischen, sinkt der Dampfdruck ab. Der Dampfdruck hängt in geringem Maße auch davon ab, ob wir eine ebene Oberfläche oder eine gekrümmte Oberfläche haben. Bei kleinen Tröpfchen ist zum Beispiel der Dampfdruck größer als bei einer ebene Oberfläche. Der Dampfdruck steigt auch, wenn wir ein Inertgas unter hohem Druck zusätzlich vorliegen haben. Sie erinnern sich an unser dreidimensionales PVT-Zustandsdiagramm. Selbstverständlich können wir auch hier den Dampfdruck visualisieren. Es ist diese grüne Zone, in der gleichzeitig Flüssigkeit und Gas vorliegen. Wenn wir dieses Zustandsdiagramm auf die PT-Fläche projizieren, wird der Zweiphasenbereich zu einer Linie und wir erhalten eine derartige Darstellung, das Phasendiagramm eines reinen Stoffes. Wir erkennen drei Linien, das ist die Dampfdruckkurve, die Sublimationsdruckkurve und die Schmelzdruckkurve. Diese drei Linien treffen sich in einem Punkt, und zwar im Drepelpunkt. Der Drepelpunkt ist für Wasser bei 0,01 Grad Celsius und bei 0,6 Kilopaskal. Das ist der Beginn der Dampfdruckkurve. Die Dampfdruckkurve geht nach rechts und endet am kritischen Punkt. Der kritische Punkt vom Wasser ist bei 374 Grad Celsius und 22.000 Kilopaskal. Wir können in diesem Diagramm den Siedepunkt der Flüssigkeit bei beliebigen Drücken ablesen. Der normale Siedepunkt vom Wasser bei 101 Kilopaskal liegt zum Beispiel bei 100 Grad. Bei 20 Grad ist der Dampfdruck vom Wasser 2,3 Kilopaskal. Wenn wir einen Druck von 2,3 Kilopaskal als Außendruck hätten, würde Wasser schon bei 20 Grad sieden. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Dampfdruckkurve mathematisch zu beschreiben. Clausius und Clapperand haben in der nach innen benannten Gleichung zwei Punkte auf der Dampfdruckkurve in Relation gesetzt über die Verdampfungsenthalpie Delta H-Web. Noch beliebter für die Berechnung von Dampfdrücken ist die Antoine-Gleichung, die Sie hier unten sehen, mit den drei Antoine-Faktoren A, B und C. Sie liefert sehr präzise Ergebnisse für Dampfdrücke, hat aber keinen so schönen theoretischen Background wie die von Clausius und Clapperand. Mit Hilfe der Clausius-Clapperand-Gleichung können wir eine Dampfdruckkurve auch auswerten. Wir müssen den Logarithmus des Dampfdrucks gegen den Kehrwert der absoluten Temperatur auftragen, erhalten dann in der Regel eine schöne Gerade mit negativer Steigung. Und aus der Steigung können wir die Verdampfungsenthalpie, die Verdampfungswärme, ermitteln. Flüssiges Wasser hat bei 20 Grad einen Dampftruck von 2,3 Kilopaskal. Wir kühlen das Wasser ab auf 0 Grad, wir haben einen Dampfdruck von 0,61 Kilopaskal. Wir können Wasser auch unter 0 Grad abkühlen, zum Beispiel auf minus 10 Grad, dann hätten wir einen Dampfdruck von nur noch 0,29 Kilopaskal. Das liegt auf dieser roten Kurve. Festes Eis bei minus 10 Grad hat einen niedrigeren Dampfdruck, nämlich 0,26 Kilopaskal. Das ist diese schwarze Kurve. Niedriger Dampfdruck heißt, es ist eine höhere Stabilität vorhanden. Bei 0 Grad haben Eis und flüssiges Wasser den gleichen Dampfdruck, bei 0 Grad sind diese beiden Phasen gleich stabil. Was passiert, wenn wir in unserem Lösemittel Wasser einen Stoff auflösen? Zunächst müssen wir die Zusammensetzung der Mischung eindeutig beschreiben. Wir nehmen zum Beispiel ein Kilogramm Wasser als Lösemittel, abbekürzt mit A, und ein Mol Zucker als gelösten Stoff, abbekürzt B. Wir bekommen eine homogene Mischung A, B. Und wir können zum Beispiel den Molenbruch dieser Mischung berechnen. Stoffmenge des gelösten Stoffes dividiert durch Gesamtstoffmenge. Das wäre in unserem Falle 1,8 Molprozent Zucker. Beliebt ist auch die Molarität, die Stoffmengenkonzentration. Wir nehmen die Stoffmenge des gelösten Stoffes, dividieren durch das Gesamtvolumen. Nicht zu verwechseln mit der Molalität, dann nehmen wir die Stoffmenge des gelösten Stoffes und dividieren durch die Masse des Lösemittels. Bei sehr verdünnten Lösungen sind Molarität und Molalität ungefähr gleich. Eine solche verdünnte Lösung haben wir zum Beispiel, wenn wir 10 Gramm CO2 in einem Kilogramm Wasser lösen. Wir hätten hier eine Molalität von 0,23 Mol pro Liter und eine Molalität von 0,23 Mol pro Kilogramm. Wie verhält sich nun der Dampfdruck einer Lösung im Vergleich zum Dampfdruck eines Lösemittels? Nehmen wir zum Beispiel diesen Eistee, also die Lösung von Zucker in Wasser. Wir haben hier ein Phasengleichgewicht zwischen Gasphase und Flüssigphase. Und wir können ganz einfach formulieren, das Wasser kann zwischen Flüssigphase und Gasphase wechseln. Wir haben eine Art Massenwirkungsgesetz. Wasser in der Gasphase, dividiert durch Wasser in der Flüssigphase, ist eine Konstante. Sie erinnern sich an die Konzentrationskonvention. Die Konzentration einer Gasphase muss als Druck formuliert werden. Die Konzentration einer Flüssigkeit als Molenbruch. Das ist das erste Raoulsche Gesetz, welches in Worten aussagt, die Konzentration des Wassers oben durch die Konzentration des Wassers unten ist eine Konstante. Wenn wir reines Wasser haben, haben wir oben den Dampfdruck, nämlich die 2,3 Kilopascal und unten reines Wasser. Wenn wir eine Zuckerlösung haben, die zum Beispiel nur 98,6%ig ist an Wasser, dann ist der Dampfdruck oben auch um diesen Faktor reduziert auf 2,27 Kilopascal. Wenn wir ein Gas in Wasser lösen, zum Beispiel Kohlendioxid in einer Limonade, dann haben wir ein weiteres Phasengleichgewicht. Nämlich der gelöste Stoff, in dem Fall CO2, kann auch zwischen zwei Phasen hin und her wechseln. Wir haben ein Gleichgewicht, welches wir in der Art und Weise beschreiben können. Wir haben ein Massenwirkungsgesetz. Wir können dann formulieren, der Druck vom CO2 in der Gasphase, dividiert durch den Molenbruch von CO2 in der Flüssigphase, ist eine Konstante. Das ist das sogenannte Henry'sche Gesetz der Absorption. Und es sagt genau wie das Raoulsche Gesetz aus, dass die Konzentrationsverhältnisse Gasphase, Flüssigphase eine Konstante ergeben. Wir können mit dem Henry'schen Gesetz ausrechnen, wie groß der Druck in der Limonadenflasche ist. Wir brauchen den Molenbruch von CO2 in der Flüssigenphase, das ist 0,4 Mohlprozent. Wir brauchen die Konstante, das ist die Henry-Konstante, für CO2 ist die 175. Und daraus errechnen wir einen Druck von 0,7 Megapaskal, also 7 Bar in der Gasphase. Der Vollständigkeit halber können wir auch noch ein weiteres Phasengleichgewicht hier anführen, nämlich das Verteilungsgleichgewicht, welches von Walter Nernst beschrieben wurde. Wir haben zwei Flüssigkeiten, die sich nicht mischen, zum Beispiel Wasser und Öl. Und wir betrachten jetzt eine Substanz, die zwischen diesen beiden Lösemitteln sich bewegen kann, zum Beispiel Essigsäure zwischen Wasser und Öl. Es gilt dieses Gleichgewicht, es gilt dieses Massenwirkungsgesetz und es gilt, dass dann die Konzentration der Essigsäure in der Ölphase dividiert durch die Konzentration der Essigsäure in der westlichen Phase eine Konstante ist. Dieses Nernststoffverteilungsgesetz ist das Grundgesetz der Extraktion. Lassen Sie uns zusammenfassen. Der Dampfdruck ist der Gleichgewichtspartialdruck über einer kondensierten Phase. Der Dampfdruck hängt vor allem ab von der Flüchtigkeit der Substanz und von der Temperatur. Die Dampfdruckkurve eines Reihenstoffes, die beim Trippelpunkt beginnt und beim britischen Punkt endet, kann zum Beispiel nach Clausius Laperon beschrieben werden. Wenn wir eine Lösung haben, dann ist der Dampfdruck niedriger als beim Reihenlösemittel. Das Ganze wird durch das Rauschegesetz beschrieben. Wenn wir ein Gas in der Flüssigkeit lösen, dann ist die gelöste Gasmenge proportional zum Partialdruck des Gases oberhalb der Flüssigkeit. Das ist das Heinrische Gesetz. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.